Und ich meinte so zu ihm, Dad, hol doch die Yacht. Heiße Trete auf zwei Uhr. Diese Farbe, schau mal. Ja, die sind schon wirklich schön. Die Schuhe sind unglaublich, ich muss die einfach haben. Madame. Das hat ja ewig gedauert. Wow, die sehen echt schick aus. Und ich sehe damit aus wie eine Lady. Ja, und was trage ich heute? Diese alten Treter hier. Warum sind neue Sachen nur so teuer? Oh, wow, eine funkelnde Handyhülle. Das sind Kristalle, oder? Die muss ich unbedingt haben. Gekauft und bezahlt. Die ist echt so stinkreich. Hast du schon mal so was Süßes gesehen? So ein elegantes Oberteil. Ja, das hätte ich auch gerne. Tja, nichts ist zu teuer für mich. Tada, so super weich. Jetzt bin ich ganz schön kaputt. Bye. Ja, man sieht sich. Oh, das ist aber ein schöner Rucksack. Echt süß. Ich bräuchte mal wieder einen neuen. Was sagt denn mein Geldbeutel? Gähnende Leere. So was Blödes. Ich bin broke. Zeit für euren Test. Oh Mann, das ist übel. Oh Mann, ey, gar kein Bock. Ich hab ein paar Spicker vorbereitet. Ah, hier steht die Antwort. Oh, wieso hab ich nur so klein geschrieben? Hm. Ahem. Hä? Das ist nicht, was sie denken. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Na los, gib schon her. Ich glaube, du hast da noch einen Spicker stecken, hm? Oh, so ein Ärger. Das werde ich mir merken. Und was versteckst du noch? Dachte ich's mir doch. Ihr Schüler werdet wohl niemals lernen. Geht das auch leiser? Was geht denn da drüben vor sich? Gehst du nach der Schule noch zu einer Bank? Oder ist das Geld etwa für mich? Keiner schaut her. Hier, nimm sie alle. Ein sehr guter Deal. Also, die Eins hast du auf jeden Fall in der Tasche. Ein wirklich schlaues Mädchen. Reiche Leute kommen wirklich mit einem davon. Die Spielfigur ist voll langweilig. Das Outfit ist voll daneben. Wo ist es? Da ist es. Hallo? Ich bräuchte deine Hilfe. Sofort. Ich bin schon da. Ich geh. Zuerst die Bezahlung. Jetzt kann ich die Arbeit beginnen. Wir fangen mit den Accessoires an. Hey, hör endlich auf damit. Kümmere dich um die Spielfigur. Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst. Halt endlich deine Klappe. Wie frech. Sieh doch mal hin. Ach, ähm, das haben wir gleich. Das könnte passen. Also, das ist ein heißes Outfit. Mit oder ohne Maske? Sie braucht noch eine Waffe. Hm, es fehlt noch etwas. Das ist es. Hier ist das perfekte Outfit. Ah, einfach genial. Ja, lass mich erst mal aufstehen. Wie pimpe ich meine Spielfigur? Die Auswahl ist nicht besonders groß. Sogar er findet's öde. Ich brauch eine Pause. Hey. Hallo. Hey du, komm mal her. Ich? Kannst du mir weiterhelfen? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Gefällt dir der Look? Oh, okay. Die Waffe ist cool, oder? Und? Nö. Wie wär's mit einer Pfanne als Waffe? Genau das ist es. Vielen Dank für deine Hilfe. Oh, das war ein Fehler. Los, kipp ihm eine. Ja, gleich hab ich ihn. Na los, explodier endlich. Yes. Das war der letzte. Den kriegen wir auch noch. Oh Mann, mein Finger ist ja ganz starr. Hoffentlich ist er nicht gebrochen. Ich hab's. Dann spiel ich eben so weiter. Fast so gut wie mein Zeigefinger. Von einem Kampf beim Finger lasse ich mich doch nicht unterkriegen. Nice. Nicht schlecht. Die Autos sind der Wahnsinn. Wow. So ein spannendes Rennen. Ich wette, ich wäre eine gute Rennfahrerin. Yep. Das richtige Equipment hab ich schon. Gib dir diesen geilen Helm. Okay, los geht die wilde Fahrt. Bis dann. Das ist viel schwieriger als ich dachte. Du schaffst das. Ja, ich hab gewonnen. Okay, lass mich anfangen. Warte, hier ist nichts. Was soll das für eine Challenge sein? Okay, dann werde ich mir was bringen lassen. Ich probier die mal. Nein, nimm das weg. Ich kann das nicht essen. Ich hab sehr spezielle Ernährungsbedürfnisse. Wow, das ist viel. Warum öffnest du deins nicht? Was ist das? Zutaten für irgendwas? Hä? Ich hab auch ein Ei. Sieht auch nach Mehl und Zucker aus. Was ist das für eine kleine Schriftrolle? Ich mach sie mal auf und schau, was da steht. Schau mal, da ist ein Stück Torte abgebildet. Oh wow, ich glaub, das ist so ein Rezept. Oh, die Zutaten sind für die Torte. Wow, das sind ganz schön viele Schritte. Ein langes Rezept. Es geht immer weiter. Endet es denn nie? Okay, dann fang ich mal mit dem Backen an. Ich kipp erst mal die Zutaten in die Schüssel. Oh, puderig. Das kitzelt in der Nase. Als nächstes soll ich jetzt das Ei aufschlagen. So geht's. Direkt in die Schüssel. Dann kommt noch Milch rein. Und das Kakaopulver. Mh, das riecht schön schokoladig. Apropos Schokolade. Die Schokoriegel müssen auch noch rein. Und jetzt wird gequillt. Ich muss so lange rühren, bis alles gut vermischt ist. Sehr gut, rühr weiter. Schau, wie toll das geworden ist. Okay, dann probier jetzt mal die Torte. Ich schneide mir einfach ein kleines Stück ab. Ein kleiner Schnitt hier und hier. Gut, und jetzt nehme ich mir die oberste Schicht. Mh, die ist so gut. Hey, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn ich dir einen Happen von der Torte abkaufe? Ja, sicher. Das klingt gut. Lass mich dir nur ein Stückchen abschneiden. Hier, bitte sehr. Ein Stück Kuchen nur für dich. Warte, was ist das? Das zählt kaum als Happen. Warte, oh nein. Meine Ernährungseinschränkungen. Schnell, ich brauche Toilettenpapier. Das reicht nicht. Ich brauche mehr. Tja, wenn du musst, dann musst du. Kann ich diesmal zuerst aufmachen? Oh, schön. Ein Eis am Stiel. Wow, ich liebe Orange. Das ist meine Lieblingsgeschmacksrichtung. Ich weiß schon, dass es lecker und erfrischend wird. Mh, einfach köstlich. Und was gibt es bei dir? Wow, ein Becher voll mit blauer Eiscreme. Der sieht toll aus. Ohne Scheiß, ich bin voll neidisch. Oh, warte mal, ich muss mein Make-up auffrischen. Wird dein Eis in der Zwischenzeit nicht schmelzen? Hm, das geht schon. Ich muss auch noch meine Lippen machen. Ich liebe diese Farbe total. Okay, jetzt brauche ich noch die passende Beleuchtung. Und natürlich auch einen schönen Hintergrund. Jetzt noch mein Telefon richtig platzieren. Ja, sieht gut aus. Ich bin bereit, das zu teilen. Wow, Streusel. Machen wir noch mehr drauf? Wie wäre es mit etwas mehr Spaß? Das ist cool. Es ist Eiscreme-Zeit. Wow, dein Video ist toll geworden. Ich will auch ein Video für mein TikTok machen. Okay, meine Beleuchtung ist bereit. Denke ich. Hier, halt das mal. Und mein Telefon stelle ich einfach hier hin. Oh, das ist irgendwie erbärmlich und traurig. Und los. Warte, nichts ist passiert. Nichts hat sich geändert. Okay, dann versuche ich es nochmal. Immer noch nichts? Mist. Ihr Eis sieht so schick aus. Oh nein, mein Eis. Jetzt ist es geschmolzen. Uff. Wie wäre es, wenn wir tauschen? Das ist ja toll. Ja, vielen, vielen Dank. Ich mag geschmolzenes Wassereis. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020